Hund, komm her! Ich muss gerade nochmal anstatten lassen. Da ist Fleisch, komm! Komm, Hundi, komm! Komm doch, du Scheißköder! Ah, da bist du ja. Du und... Du, macht mal Liebe! So, der Kleine kriegt gleich was. Ja, komm. Hallo, Kleiner! Hallo, bleibst du aber stehen? Sitz, Sitz, Sitz. Alter, ist das laut! Ich hoffe, das geht von der Lautstärke her. Ah, schon wieder dunkel. Mensch, jetzt wollte ich draußen ein bisschen was abarbeiten, ein bisschen was ausgleichen, aber nein, wird einem nicht vergönnt. So. Creeper. No. Hier schon ein bisschen was reif. Das müssen wir jetzt auch ernten, leider. Da müssen noch Seerosen her, auf jeden Fall. Zwei Melonen haben wir schon. Mist. Auf jeden Fall merkt man schon, das bringt um einiges mehr Gewinn. So ein Fell, da kann man hier hinten immer drehen. Natürlich wäre es schöner automatisch, das würden wir auch noch machen, aber noch reicht das doch vollkommen aus. Da ist was zwischen reingefallen. Man hat gerade gesehen, niemals hier drauf trampeln. Ansonsten wird es unschön. Ich hätte es nicht besser demonstrieren können. Nein. Boah, Glück gehabt. Man konnte die ja früher nur durch Rennen kaputt machen. Das haben sie zum Glück ein bisschen entschärft, dass man jetzt drauf hüpfen muss. Aber natürlich habe ich jetzt hier nicht... Da wächst doch irgendwas falsch. Da ist schon wieder was fertig. Jetzt wird so nach und nach hier alles fertig. Ist aber jetzt mal ganz schön, dass ein bisschen was fertig ist. Weil ich habe nämlich... Keine Brötchen mehr. Beziehungsweise nur noch ein Brötchen. Und wir müssen neu machen. Ist das jetzt zu? Ja, gut. 25. Zack, sieben Stück. Normal, neun Stück. Normal könnten wir ja... Ne? Ähm. Tiere damit. Das probiere ich jetzt mal. Weg damit. Und weg damit. Ich probiere jetzt mal ein paar Tiere anzulocken. Mal schauen, ob es jetzt tagsüber funktioniert. Dazu bräuchte ich jetzt ein paar Schweine, die du schon im Haus halten am besten. So ein paar Hausschweine. Schweine. Schwein. Ja, genau du. Komm. Konnte man damit nicht Schweine locken? Hallo? Ja, los. Ja. Was ist denn? Kommste? Dann nehme ich mal dein Fleisch. Mit deinem Zitzen da oben. Level 31. Ja. Ich glaube, die kann man gar nicht mehr so locken. Nur Schafe. Ich könnte auch einen Schafgatter bauen jetzt mal, ne? Das wäre dann auf der Seite. Da müsste ich ein bisschen was begrubben. Und dazu klatschen. So. Oh. So müsste es passen eigentlich einigermaßen. Wenn hier Tiergatter hin sollen, müsste das hier weichen. Was kommt da denn gerade? Ah, stimmt ja. Das Lied. Na ja. Es sind schon Lieder drauf, wo nicht gerade so ansprechend sind für euch vielleicht. Aber die mir einfach gefallen haben. Schon vom Ton her. Weil sie so fröhlich waren, das passt zu Minecraft. Weil da wollen wir ja immer fröhlich sein bei Minecraft. Zumindest versuchen wir es. Dafür ist es ja auch da, damit man dabei fröhlich ist. So. Machen wir jetzt mal ein bisschen was weg. Bisschen ebene Landfläche. Damit wir genug Platz haben. Eins würde ich sagen. Geh mal noch. Du bist zu weit gegangen. Äh, du gehst zu weit. Ich? Nein, niemals. Sollte eigentlich reichen. Haben wir zwei Samen aufgesammelt. So, jetzt wirkt das nicht so abgeschnitten. Drei Samen. Hier kommt dann das Gehege für die anderen Tiere hin. Na toll. Hier, lasst euch ja nicht tamen, ne? Dann eben nicht. Ich dachte schon, da ist ein Creeper. Aber da war noch ein Schweinearsch. Verdammt. Hallo. Die Höhlen, auf die kann man eigentlich verzichten, würde ich mal sagen. Was fällt dir ein? Hau dir. Die Höhlen brauchen wir ja nicht unbedingt, wenn man mal ehrlich ist. Wir haben ja unten unter dem Strandhaus, ne, wo ist das? Wir haben noch unter dem Strandhaus, ja, eine Verbindung zu einer Höhle. Das reicht ja wohl vollkommen aus. Mal kurz anders hinsetzen. Ah. Ich nehme noch gar nicht so lange auf, dass es irgendwie... Ach du meine Güte, was ist denn das für ein Baum? Gut, ich ziehe hier schon mal ein bisschen, ne? So ging das. Nächster Stack. Erst wenn man ganz vorne ist. Das muss ich mir jetzt merken. Na? So. so so okay oh A31R sehr schön so hier 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 und ich verabschiede mich für heute an dieser Stelle und bis dahin Servus